So, Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, das sind die Havi-Brüder aus Hannover und natürlich gehen diese Grüße raus an unsere Sister aus Hannover und zwar die... Lila! Wir haben gehört, du hast den geilsten, brutalsten, perfektesten Tattoo-Studio in Stuttgart. Meine Damen und Herren, und zwar das Tattoo-Studio L.A. Diato, meine Damen und Herren. Und demnächst gehen wir auch alle vorbei und lassen uns hinter unseren Ohrlöppchen etwas tätowieren. So ein Herzfestigung. Ich mach hier Bushido-Tattoo. Oder ein Kreuzbandriss-Fülls. Geht alle auf jeden Fall da hin und lasst euch tätowieren. Facebook-Seite gibt's natürlich auch hier unten eingeblendet.